Ei, ei, ei. Und da endet der Weg auch schon. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Oh, ich bin im Sumpf. Ich werde gucken, ob ich Schleimis finde. Goretti, da hinten ist ein Creeper. Wo? Hinter dir. Aha, komm her, Creeper. Komm schon. Jetzt lass dich nicht lange bitten. Das gibt es doch nicht. Der dreht sich um und geht. Wie bist du denn drauf? Oh, der ist explodiert. Willst du wohl? 25. Yay. Krass. Ich werde das mal eben wieder reparieren, ne? Ich suche derweil noch ein paar Monster. Wo ist denn Platibus? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ausbauen. Du bist eine Blume, oder? Du bist kein Slime. Du bist so komisch. Ja, du bist eine Blume wie du. Oh, ich muss ja hier zumachen. Da sind ja kleine Platten auf dem Boden. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Ach, du bist das, mein Freund. Komm her. Noch einer? Der sich mit mir anlegen möchte. Wo bist denn du gerade? Ja. Sag nicht hier. Hinterm Haus. Hinterm Haus? Wo das Feld ist? Wo es in die Wüste geht. Warum ist das so hell? Das zeigen wir euch gleich. Okay. Wie geht gucken ohne mich? Ja, dann beeil dich mal, sonst sind wir weg. Aber ich wollte das nicht gucken. Hier ist ein Zombie. Warte, ich komme. Vorm Haus, wo der Weg ist. Ich komme, ich komme. Wo der Weg ist. Wo der Weg ist. Wo der Weg ist. Wo der Weg ist. Ich bin gleich da. Er grummelt. Ja, lass ihn grummeln. Da ist der Slime. Wo, wo, wo? Na, im Sumpf. Na, ich meine den Zombie. Was interessiert mich der Slime? Ich weiß gar nicht, was man alles Schönes mit Kleines machen kann, ne? Drei Schläge. Da ist noch ein... Wo? Es regnet. So was aber auch. Da kommt er. Da kommt er. Oh, komm. Putti, 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 putti. Da kommt noch ein zweiter. Da kommt noch ein zweiter. Du bist echt unglaublich. Nur wegen einem bisschen Regen gehst du ins Haus, ne? Ja. Ja. Ich finde, weil das ist nämlich dann bei meinem Computer nicht so schön, wenn es regnet. Ach so, okay. Dann habe ich nämlich immer nur Wackelbilder. Okay, verstehe. Und keine Wimmelbilder. Nein, Wimmelbilder ist anders. Wo geht's denn dahin? Geht doch. Naja, den Slime-Bälle, das doch. Was? Wo geht's denn dahin? Du gehst jetzt nicht raus und guckst. Nein, dann bleibe ich drin. Wir sollen warten, Petra. Ja, wir warten halt. Oh Gott, ist das ein Zombie? Ist das eine Hexe? Was ist das da hinten? Eine Hexe. Das bist du. Ach so. Das bist du. Der war echt unter der Güllenlinie, ey. Nein. Ne, Gorietti? Geht schlimmer, ne? Ich könnte eine Hilfe brauchen hier unten bei der Hexe. Warte, ich leg mich mit ihr an. Sie ist im Wasser. Ne, da geh ich jetzt nicht rein. Miststück. Wirft schon mit Sachen nach mir. Na komm, raus da. Wo bist denn du? Ach da, warte, ich komm. Vielleicht bleibt man, wir müssen bleiben. Mehr gibt's nicht. Satteldach? Egal. Hauptsache Dach. Okay, okay. Und dich. Ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Oder Spitzdach. Hast du was? Ja, hab ich. Wo kann man denn mehr unterbringen? Weil wegen mehr gerade wenn du Satteldach. Geht's jetzt rein, oder wie? Ich geh jetzt rein. Ich muss. Aber ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's überlebt. Du kannst auch nicht verhungern. Ich kann's nicht aufheben, aber ich hab doch. Oh, das war knapp. Komm, ja, Zombie. Wie gesagt, du kannst nicht verhungern. Was denn? Wo ist euer Futter? Ich kann mich aber auch nicht hochheilen, wenn ich vergiftet bin, du Mude. Ach so, du warst vergiftet. Natürlich, natürlich. Auch daran kann man glaube ich nicht sterben. Das bleibt bei einem halben Herz. Ne, warte mal. Vergiftet? Oh, ich hab das ganze Zuckerhör kaputt gemacht. Ja, vergiftet. Nee, gar nicht wahr. Doch, ich bin schon in der Vergiftung gestorben. Nein, dann hast du noch einen Schadenstrunk gekriegt. Nein, falsch. Ach, hör doch auf zu krummeln da unten. Meine Güte. Willkommen nicht nur. Da kommt ihm das ganze Holz hin. Ach, Mensch, du blödes Vieh. Falls du Fichtenholz hast. Wolle. Also, falls du Fichtenholz hast, bitte Treppen daraus noch nicht mehr bringen. Wo ist denn eine... ...merkbar? Oh, gemein. Birkenholz, Birkenholz, Birkenholz. Ne, Fichte hab ich nicht. Wir haben auch, glaube ich, noch gar keine Fichte gesammelt. Ne, ich hab nur Birkenholz hier. Ach, hier draußen stehen genug Fichten. Echt? Ach doch, stimmt, stimmt, stimmt. Wir hatten schon Fichtenholz. Hallo, ich bin zu Hause. Ja, es wurde auch mal langsam Zeit. Entschuldigung. Aber ich hab schöne Sachen mitgebracht. Liebe Kinder, geht von Acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Ui. Rent weg. Besser ist. Haben wir denn schon Weihnachten? Hallo? Wo haben wir denn Holz? Hier. Holz und so. Birkenholz. 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 Birkenholzbreite. Und ein Eichner. Ich auch. Der Kürbis beim Mampf oder wo kommt der hin? Oh, ich könnte was in den Ofen schmeißen hier. Super roh. Wo hättet ihr gerne die Knochen? Monsterlut oder? Ja, es ist in dieser, neben durcheinander, durcheinander. Durcheinander, aha. Oh ja. Da sind jetzt 55 Knochen drin. Ich brauch noch drei Slein. Was ist mit dem roten Stein und des anderen Gedöns? Wie war ist das hier denn? Durcheinander. Was kommt denn da rein? Genau, so war es schon ein roter Stein drin. Sehr gut. Ich hab hier Redstone von der Hexe gekriegt eben. Habt ihr da schon eine Truhe für? Ja, ist hier bei dem Durcheinander. Bei Durcheinander? Bei Durcheinander. Bei Durcheinander. Habt ihr irgendwo eine Truhe für Eisen? Weil Eisen haben wir nun wirklich richtig viel. Auch durcheinander. Ihr seid ja wohl bescheuert. Ja. Von da aus wird alles eingestellt, einsortiert. Aha. Da sieht man doch dann, was steht. Weißen, wie viel Eisen das ist? Ein bisschen. Ach, falschrum. Ja, und das noch. Und Diorite und so? Hier. In Ite und Stein. So, Platy. Draus. Wo ist denn die Truhe? Was doch? Was da? Weiter hier. Ach, dazu brauche ich auch noch Bücher. Holz und so. Wüter und Stein. Ja, nee, nicht. Was denn? Was willst du machen? Zaubertisch. Bücherregal? Zaubertisch. Monsterdruck. Hat dir eine Dingsterbumster gegeben. Pussy und Schwert und so. Dann rechno mal zum anderen zu Hause. Wenn du ins Schlafzimmer reingehst. Ja. Die Truhe auf der linken Seite direkt, links um die Ecke, direkt die Truhe. Gut. Oh, wie das ist echt komisch aussehen. Ich habe nicht. Oberti? Ja, bitte. Nicht vor das Oberteil. Ich habe hier immer noch was von dir. Von mir? Was denn? Was denn? Hm. Was denn? Was war denn das? Deine beiden Picken. Ach so, ja. Oh Gott, ich habe drei Eisenschwerter. Die tue ich aber jetzt mal weg. Im Durcheinander soll bestimmt auch Gold rein, oder? Ja. Was ist denn Kolben? So, jetzt. Mein Inventar ist wieder gereinigt. Meins noch nicht. Was hast du dafür eigentlich genommen? Nimmst du da Silulin für, oder was nimmst du dafür? Jaja, dann kommt er noch richtig in die Ecken. Oh, da ist auch cool, oder? Monster. Monster Party. So, was ist denn jetzt? Was wolltet ihr uns denn mal zeigen? Siehst du, jetzt auf einmal kommen sie damit um die Ecke. Ja. Aber ich würde vorher noch einmal gerne schlafen, glaube ich. Hä? Wieso ist es schon dunkel wieder? Noch fast. Also es ist jetzt an dir hier wieder den Forstbestand neu hinzupacken. Bitteschön. Hust, hust. Ich kümmere mich ums Dach. Was ist das, Sandstein? Nein, das ist Wilken. Ach so, okay. Aber es wird langsam Zeit, dass das immer besser wird mit dem Dach. Es regnet und regnet und regnet. Darf man denn mal aufs Dach kommen? Klar, komm, ja. Ich muss aufs Dach steigen. Oh ja. Ich bin ja eh gerade nicht oben. Ja, sonst wäre ja auch reichlich wenig Platz, wenn du hier oben auch noch wirst. Das ist jetzt auch so eine Uhr. Jo. Dann kann man sehen, ob man schlafen gehen kann. Mhm. Was machst denn du da oben, Mamsel? Ich gucke. Wie ist das, ein zweifarbiges Dach? Mhm. Das hört heute gar nicht mehr auf zu regnen hier. Ja, wenn es gleich dunkel ist. Deswegen will ich ja nochmal schlafen. Ja, wenn es dunkel ist gleich. Ist ja noch nicht. Geh weg da. Ich will da hoch. Ey, hörst du auf? Gehst du runter von mir? Hallo? Du spinnst wohl. Weg mit dir. Womit redest du? Wahrscheinlich mit einer Spinne. Nein, mit Platty. Die stand auf mir drauf. Na, steht auf dich. Hallo? 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 Daneben. Ich habe es genau gesehen. Au. Au. Daneben. Ich glaube, ich gehe mal gucken, ob es in der Wüste auch riecht. Nein, tut es nicht und nein, gehst du nicht. Warum nicht? Weil du bestimmt den Lichtern folgst. Ich folge den Lichtern nicht. Vergiss nicht, dass ich das sehen werde. Es ist mir doch egal, dass du das sehen wirst. Ach, ihr habt da eine Spur gelegt. Ja, ja, hier sind Fackeln. Nicht nachgehen. Nein, ich gehe woanders in die Wüste. Ich stehe zwischen den Kakteen. Hier ist eine kleine Höhle. Da ist nichts. Oh ja, es sind total viele Wolken da auf eurer Seite. Das ist echt widerlich. Der Himmel ist ganz dunkel. Strickmamsel, was machst du denn da in der Luft? Du hältst doch nach irgendetwas Ausschau. Ich gucke, wie sie hier baut. Und ich bin hier, wo es trocken ist und ich kann gucken, wo sie baut. Ich kann das auch von hier hinten. Aber so langsam geht die Sonne unter. Ja. Die Tiere sind auch gefüttert. Ich komme wieder. Das haben wir befürchtet. Mhm. Mhm. Na, wenn es jetzt dunkel wird, dann lass uns doch mal hinlegen. Und dann können uns die Damen gleich mal zeigen, was sie denn gemacht und entdeckt haben. Naja, die Platypus möchte bestimmt das Dach erst fertig machen, oder wie, oder wat? Sicherlich nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Was war denn das? Warum habe ich Schaden gekrischt? Bist du irgendwo runtergefallen? Nee. Oder hat da einer von euch Schaden gekriegt? Hast du Hunger? Dicke. Ah. Kuhschubser. Haha. Kuhschubser. Lass mal raten, wer noch fehlt. Lass mich mal nur ansatzweise den Vornamen, Also von dem Namen den ersten Buchstaben nennen. Er beginnt mit einem L. Wie Ludwig. Nee, mit N. Also los, Mädels. Dann lasst mal sehen, was ihr da entdeckt habt. Oh mein Gott, und ich gehe schon bei 32 Löffeln dahin. Ohohoh. Achso, richtig. Ich brauche ja noch ein bisschen Kaktusgrün fürs Grün. Ohohoh. 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 Oh, ein Tempel! Oh! Und ein Zombie! Komm her, Zombie! Da ist ein Creeper hinter dir! Achtung, lauf weiter, Leute! Lauf weiter, lauf weiter! Hinter diesem Creeper! Ja, ne, hinter mir ist... Achso, hinter mir! Doch! Warum komm ich denn hier? Was das eigentlich war? Ich wollte sagen, nein, der ist hinter Gogo, aber... Uh! Das war knapp! Ihr wisst ja, ne? Nicht auf den Stoffton! Nein, nicht, nicht! Wir können doch hier vorne durch! Hier, Eingang! Wie nirgendwo drauftreten? Was meinst du? Nicht auf das blaue Feld! Auf keinen Fall! Und keinen Hinschubsen! Was ist denn das? Kommen da Monster? Da ist Sprengstoff drunter! Also deswegen bleib mal... Okay! Und was macht man jetzt in so einem Tempel? Vorsichtig runtergehen! Man macht sich ganz vorsichtig eine Treppe runter und macht unten erstmal den Sprengstoff weg! Okay! Ich komme euch vorsichtig hinterher! Ja! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen, sonst fällst du nämlich dann rauf! Fertig? Da sind ja Truhen! Ja! Können wir runterkommen? Jo! Und du kannst die Truhen mal als erstes öffnen! Wow! Smaragde, Mädels! Jede Menge Smaragde! Ein Sattel! Ein goldener Apfel! Wer hat sich denn den Sattel genommen? Boah! Hier ist ganz viel Gold drin! Hier ist ganz viel Gold drin! Wieso nimmst du gar nix? Wieso nimmst du gar nix? Wofür denn? Oh! Warum müssen wir uns denn hier mit vollpowern? Wow! Weil ich mich hier mit vollpowern! Womit? Hier ist ein goldener Apfel drin! Es waren vier Smaragde! Vier Smaragde! Und ein Sattel! Was machst du da unten, Jalja? Ich hab das hier! Kann man sich Sattel eigentlich selber machen? Nein! Echt nicht? Nein! Warum nicht? Geht's noch weiter so runter hier? Ich kann gerne bestimmen! Wie seid ihr denn da runtergekommen? Einfach gesprungen oder was? Gebaut! Hier ist ja nix! Ja, und wenn Liri jetzt nicht so vorschnell gewesen wäre, hätten wir dir das zeigen können, dass hier ein ganzer Block Sprengstoff gewesen ist. Hm. Entschuldigung. Aber die ist natürlich wieder... Schnell! Nein! Ungeduldig! Ja. Das auch. Wieso kann ich hier nicht hoch? Und jetzt baut ihr alles ab, oder was? Naja, das sind so spezielle Blöcke. Ich weiß gar nicht, ob man die herstellen kann. Nee. Die mit dem Creeper-Kopf. Oh. Komm mal hier jemals wieder raus, wenn ich hier nach oben kaufe. Ist das der polierte Sandstein, oder was ist das? Ja. Ja, ich glaub wohl. Ui, ist hier viel Eisen. Au. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Entschuldigung. Guck. Ich konnte nicht widerstehen. Mehr Schaden zu verursachen? Nö, die Kiste wegzuhauen. Interessant. Das solltest du mal mit deinem Therapeuten besprechen. Ich hab da gar keinen. Nee, der ist selber in Kur. Ich hab dem mal was erzählt, und dann hat er geheult, und seitdem hab ich ihn überlegt, vielleicht erzähl ich dem nichts mehr. Was? Warum heult denn dein Therapeut? Weil das kann. Geht ja wohl gar nicht. Ich nehm die Sachen mit, die hier so runterfallen. Habt ihr denn schon gesehen, dass hier auch noch ne Höhle ist? Oh, wir waren gar nicht am Tempel. Wir haben ihn nur gesehen. Oh, jetzt macht er mir auch noch das Licht aus. Jetzt kann ich aber alles abbauen hier, oder was? Ja. Jetzt kannst du meinetwegen den ganzen Tempel abreißen. Na ja, hab ich denn noch, äh, hab ich's. Jetzt haut die wirklich hin. Klar, warum soll er da sonst hier rumstehen? Der blöde Tempel. Aber ihr wisst schon noch, in welche Richtung wir wieder zurück müssen, oder? Ja, wir haben da Fakkeln, da sind doch da. Bis zum Tempel, oder wie? Bis nach Hause. Bis auf den Berg. Auch Kaninchen. Ah, du Kaninchen. Mein blauer Ton. Gib her. Nein, ich bin voll. Hat da irgendjemand gerade angefangen zu lachen? Nein. Ganz sicher? Ja. Ich hab da nämlich so'n, so'n komisches, äh, kichern gehört. Ach, da hast du dich vollkommen verhört. Aha, genau. Wahrscheinlich. Ich glaub, ich hab noch niemals so'n Tempel auseinandergenommen. Warum nicht? Macht's Spaß? Ja, weil ich den immer... Au! Was? Bin gestürzt. Weil was? Weil ich den immer so toll fand und den hab stehen lassen. Ich hätte auch nur die unterste Riege weg, damit man dann zumachen kann und dann ist alles gut. Aber ansonsten... Geht auch so. Ist doch guter Sandstein. Was kann ich was hast? Nee, ich hab gar... Ich hab nie was. Ich hab ein bisschen TNT in der Tasche, falls ihr was damit also... Nee, damit machst du hier nur mehr kaputt als, äh... Ich weiß. Aber es ist witzig. Stellen wir wieder Betten im Nether auf? Nein. Wir können uns ne Hütte bauen. Ja, aber bitte trotzdem ohne Schlafstätte. Warum? Wie siehst du? Guck, du kennst das noch nicht. Doch, bitte. Was passiert denn dann? Das ist zu gefährlich, wenn wir im... Ja gut, wenn ihr im Zweier, äh, im Einser reingeht, okay. Aber... Bitte nicht im Normal-Modus. Blödes die Idee war. Echt? Tauchen da Monster neben einem auf und, äh... Wenn's nur das wäre. Wirst du bald sehen. Explodiert alles um uns herum. Ja. Weil du im Nether keinen Tag-Nacht-Rhythmus hast, ähm, kannst du auch mal ne Uhr dahin mitnehmen. Die wird dann wahrscheinlich verrückt spielen, nehm ich mal an. Und, ähm, wenn du versuchst, dich hinzulegen zum Schlafen, dann explodiert das Bett. Aha. Interessant. Und... Da ist ne Explosion vom Creeper mal nix gegen. Ja, das stimmt. Weil das ist echt böse. Und wenn du da im Modus Null reingehst, könnte das schon mal sein, dass dir dein Leben um die Ohren fliegt. Na klar. Könnte. Wird wahrscheinlich auch genauso passieren. Ja. Es kann sein, je nachdem, was für ne gute Rüstung du anhast, dass du's vielleicht überlebst, aber... Mit Eisenrüstung? Hm. Schwierig. Naja, ich hab ja jetzt ne Diamantrüstung, ne? Die möchte ich auch nicht da unten unbedingt verlieren. Nachvollziehbar. Falls ich bis zum Nether meine Rüstung noch verzaubert krieg, versuch ich's auch mal in eins, äh, in Null. Heute ist hier dunkel. Schön, dann kommen hoffentlich ein paar Sand-Zombies. Oh, ja. He, der Tempel ist gleich abgebaut. He, der Tempel ist gleich abgebaut. Da seh ich schon das erste Monster. Wo? Da vorne. Direkt unterm Sichelmond hoppelt es durch die Gegend. Ach, du meinst dies Monster mit den langen Ohren? Ja. Wenn die auf Kehle gehen, ist aber nicht mehr zu spaßen. Monster mit langen Ohren? Ja, hast du schon mal Ritter der Kokosnuss gesehen? War das Ritter der Kokosnuss? Ja, glaube ich wohl. In dem Killerkaninchen? Ja. Schluss. Ich habe keine Spitzsacke mehr. Echt? Willst du eine haben? Ich habe noch eine. Eine, nee, ich wohl noch. Obwohl, wir haben ja genug einen. Ja, doch. Lass den Sandstein ruhig abbauen. Da kann man schöne Dinge mitmachen. Da ist eine Spinne. Ne, muss ich dir. Okay, warte. Ich hole sie mir. Komm her, Spinne. Jetzt wohl gerne. Ach, voll bin ich auch noch. Du misshandelst da gerade nicht wirklich deine Diahacke, oder? Äh, Diahacke. Ich wollte es nur einmal machen. Es sieht so toll aus. Lässt du das? Die brauchen wir noch für Diamanten, die Axt. Ja, doch. Wollt doch auch nur mal etwas Spaß haben. Wer sagt mir, dass du Spaß haben darfst? Trink mal, guck mal bitte, ob du schon voll bist. Na, ich habe noch Platz satt. Warum habe ich eigentlich zwei Rohre Kartoffeln in der Tasche? Dass du voll drauf hast. Weil die im Ofen drin waren. Und meine Mama, wir da... Wie viel Platz hast du? Wirf mal. Ich habe noch, glaube ich, 18 freie Plätze. Gemeißelter Sandstein. Da und blauer Ton. Oh, ich glaube, ich kann nichts mehr aufheben. Das war's. Warte. Weg mit dem. Da ist ein Zombie. Oh. Und da ist ein Bogenschütze. So, das war's bald. Mehr kann ich auch nicht mehr tragen. Ich suche auch noch einen Bogenschützen. Warte mal. Ich muss mir ganz schnell was gucken. Hey du Nudel, hör auf den Sandstern abzubauen, wenn wir ihn nicht aufheben können. Wieso Petra holt denn doch? Echt? Echt? Ist ein Notch-Apfel. Aha. Ist das köstlicher Fisch? Muss ich Fisch braten? Was macht's denn da oben? Mal gucken, wie man die nächsten Errungenschaften kriegt. So, das war's. Gibt es das gar nicht mehr? Doch da. Töter ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern. Also 50 Blöcke. Ist hier irgendwo in der Nähe ein Skelett? Gesehenisch. Skelett sein. Sorry. So. Oh shit. Ja, spielen wir jetzt. Es gibt mir ein Wort und ich singe den Lied. Wer singt wem ein Lied? Hier. Siehst du mich noch? Hier hinten. Nee. Ja, dich sehe ich. Da, wo die Steppe anfängt. Da. Ja, dich. Dich sehe ich, aber das Skelett nicht. Da. Pinnen. Zombie, hier hinten ist ein Skelett, aber der ist zu weit weg, ne? Hier. Ich sehe kein Skelett. Okay. Vielleicht. Warte, 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 warte. Ich komme da hin, nehme mir das Skelett an den Arsch und dann... Warte, warte, warte. Ich sehe eins. Ich sehe eins. Ja. Bin ich mal gespannt, ob du die Errungenschaft auch kriegst. Aber ich glaube, das reicht jetzt hier mit Sandstein. Huhu. Ja, besser ist. Unter mir ist nämlich kein Boden mehr. Ja! Scharf schützen. Fuck yeah. Da soll doch mal einer sagen, ich kann nicht mit dem Bogen umgehen, ey. Ja. Ich muss mir auch mal wieder einen machen. Das macht so einen Riesenschpaß. Spinnen! Was ist das denn? Monster Party. Hier, überall. Mini-Zombie und so. Da muss ich euch doch wohl mithelfen, wa? Ja, bitte. Danke, Mini-Zombie. Ja, vergiftet. Oh, wow, wow. Ich auch. Wer hat mich denn jetzt vergiftet? Wer ist denn da hinter mir? Hilfe! Scheiße! Geh einfach weg, du blöde Spinne! Oh, da liegen Pünktchen! Ja, voilà! Ich muss mich nur eben hochheilen. War mal wieder viel zu knapp hier. Mistviecher. Diese kleinen Baby-Zombies, ne? Oh! Ups! Da bin ich einmal in die Miku gekommen. Hat man das gehört? Nein, alles gut. Ja, das ist, äh... Hier ist Eisen! Und Kohle. Und ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ich hab kaum noch Pfeile. Kann jemand hier mal für das, äh... Für die Kohle hinkommen? Die Pünktchen nehm ich. Aber ich krieg die Kohle nicht mehr mit. Wo bist denn du? Äh, ich bin in so ne kleine Höhle rein. Die mitten in der Wüste ist. Warte. Ich muss nur eben gucken. Ich hab ein paar Skelette erschlagen, weil ich die Pfeile haben will. Und die zweite Hexe auf dem Gewissen. Ja, voilà. Wir sind da auf dem beleuchteten Berg. Wir wissen jetzt nicht, wo du bist. Ich. Ich seh irgendjemanden auf nem beleuchteten Berg. Das bin ich. Und ich seh euch da hinten auch. Na, dann komm mir mal hinterher, Strickmamsil. Ja, das bist du ja. Wo ist es denn? Da unten rein. Äh, warte. Wo ist es? Genau. Da unten rein. Patty, ich hab elf Pfeile. Und ich hab noch zwei Bögen. Oh, die Pfeile gib mir mal bitte her. Direkt. Ich hab nämlich nur noch neun Stück. Das ist rechtlich wenig. Die Sonne geht wieder auf. Merci. Hier ist noch mehr Kohle. Ja. Wo? Wo denn? Nee, zum Abbauen. Zum Abbauen wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Klar. Damit du die Punkte kriegst. Die Lava geht auch gerade weg. Alles klar. Ich komm gleich. Ich komm ja. Vielen Dank.